Matteo! Hey! Ich muss mit dir reden. Unmöglich, Lieferfee, ich hab's eilig. Nein, warte bitte, es dauert nur eine Sekunde, ja? Ich weiß sowieso schon, was du sagen willst. Und dafür hab ich echt keine Zeit. Ich bin nur hier, um meine Sachen zu holen. Okay, wenn du nicht mit mir reden willst, dann eben nicht, aber hör mir bitte kurz zu. Okay. Matteo, du darfst nicht gehen. Bitte mach das nicht, hier sind doch schließlich deine Freunde, deine Geschichte. Genau, du sagst es, Geschichte. Das heißt, es ist meine Vergangenheit und ich konzentriere mich jetzt auf die Zukunft. Was ich erreichen will und wovon ich träume. Passt doch, sieh was du hier hast. Die Bühne, das Open Music. Für den Beginn deiner Solo-Karriere ist das der ideale Ort. Matteo, bitte geh nicht weg, ja? Also, danke für deine Hartnäckigkeit, wirklich. Wie kann man so stur sein? Wenn du mit der Schule fertig bist, wirst du sehen, dass die Universität eine ganz andere Welt ist. Okay, ich muss jetzt los. Weißt du was? Ich glaub dir nicht. Und warum nicht? Warte, geht's bei all dem etwa um unser Gespräch? Welches? Ähm, ähm, das über uns. Du und ich. Ach, Lieferfee, es dreht sich nicht immer alles um dich, okay? Ich weiß, dass es für euch schwierig wird, einen so guten Skater zu finden, wie ich es war. Aber wie immer wirst du alles schaffen, was du dir vornimmst. Bis dann. Das ist ja nicht. Mmm, ich 태ufe. Irgendwas